Musik Peter, hast du schon geguckt, den Steckenpost einen ausgegeben oder was? Ja, ich weiß auch nicht so wie ich dir angeboten habe Achja, da war ja was... Er hat einen Flugtag gemacht Wie kannst du das nicht überleben? Das ist aber schön, als Ibit. Oh, Binder, ich weiß aber die Tante. Na, ich geh ein Risiko! Das stimmt, immerhin. Damals hast du ja nicht Risiko gemacht. Oh, klar geht's nicht! In mir stinkts! Was? 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 Hä? Hä? Dimi, du Hacker! Dimi, mach mal den Flieger, mach mal den Flieger und schau was dann passiert. Ey Leute, hat das jemand aufgenommen? Ja, ich hab alles gemacht. Sehr gut. Und lacht sich dabei ein. Ey, wenn er das jetzt auch überlebt, werde ich fressen. Was? Der landet bei mir auf den Reisenstattel. Ja, bei mir auch. Also Simi, ich würd mal sagen, geil. Was? Eieaa! Nein, ich bin vorne. Ich hab Slicks drauf! Hä? Was ist denn Black Screen? Ich hab Slicks drauf! Ja, Black Screen. Ich hab Slicks drauf! Ey Leute, ich hab da vorbeißen. Der hat tatsächlich Slicks. Ey! Ey! Der hat Slicks auf! Ich hab Slicks! Die haben dir Slicks draufgegeben! Ich hab Black Screen! Ich hab Black Screen! Das ist doch kein Slicks, Retter! Komm mit rein! Ey, ich hab Slicks! Ich komm gleich wo ran! Hallo! Ey! Ey! Pfff! Ich kann mich gar nicht mehr! Aha! 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 Jawoll! Oh Gott! um Gottes Willen ey, dann ist ja eh noch schlimmer als Kenny beim Autofahren so oh Gott da gehen die mir einfach Slicks drauf, die Hunde oh Gott, oh Gott, oh Gott Alter, das licht sich selbst Uff Los, Hiele Ja, ach nee, wir ziehen eine alternative Strategie vor, ach nee Fass es, wenn jemand gewusst hat und sich denn jetzt nix äh, ja So schön abgefangen werden wir machen Ich glaube, wo kann ich ihn hier hinfahren